so guten morgen zusammen hier ist ja ein neuer tag neue shop ihr seht schon level 58 dann in der schöne skin also ich bin wirklich zufrieden mit dem skin und ich würde sagen wir gehen direkt rein in den job ich finde das durchwachsen dann vergesst nicht gerne meinen creator code eintragen yt unterstrich family danke schon mal für den support ich würde sagen wir gehen mal da ganz schnell nach oben also die cobra krecker cobra kreis skins entweder da einmal die weiblichen einmal die männlichen als paket für 2000 vivax dann gibt es noch jedes im mode pickaxe paket sagt einfach mal hier sind halt nur die skins einzeln wenn euch nur ein skin oder zwei gefallen aber ich sage ja alle das ganze paket für 2000 vivax wer das kauft naja wie gesagt im mode ist die kranisch technik dass da der soundtrack geht wie gesagt hier ist das rücken accessoire rücken accessoire pickaxe pickaxe dann elite eindringling auch wieder da ist auch ein skin den man im spiel eigentlich so gut wie gar nicht sieht oder ganz selten wenn dann kira paket ebenfalls wieder drin für 1700 wbox pickaxe rücken accessoire kleider also komplett ausgestattet dann was ich wieder persönlich wieder schön findet metallmasten paket aber ein bisschen teuer finde ich zwei skins eine pickaxe 2 4 naja dann die athletische assassinin ist auch so eine geschmacksaue sage ich jetzt einfach mal dann der schärfen feldwebel ist wieder zurück einsatzleiterin todestahl ne todestahl lol dann jitterbock jetzt wieder drin komm schon das ist das geht doch war ja nur die drei emote dann wie gesagt das nike paket noch komplett drin beziehungsweise jordan paket mit allen emotes dabei dann mary jane noch drin denn der kobold noch ebenfalls drin rette die welt pakete und da würde ich sagen was das eigentlich schon wieder und denkt dran rette die welt ist einfach das beste zum leveln deshalb haben schon level 58 und nein ich habe mir keine stufen gekauft oder so finde ich in meinen augen total geld verschwendung aber hätte die welt ist begrenzt was xp betrifft ich weiß nicht genau wie hoch die grenze ist aber ich glaube so sechs level denke ich mal ungefähr da war ende also in dem sinne ich level jetzt mal noch ein bisschen weiter ich bin heute mit ein bisschen unterwegs und in dem sinne heute auf jeden fall einen schönen samstag und und haut rein